Kennst du Cross? Natürlich, du weißt, dass das Kreuz heißt. Aber ich meine die Band. Kennst du die christliche Band Cross? Hallo, ich bin Jense Christ. Mir gefällt Cross richtig gut. Die Musikrichtung ist Hip-Hop-Rap, aber auch wenn man Hip-Hop und Rap nicht gut findet, findet man trotzdem vielleicht ihre Lieder ganz gut. Früher hieß die Band übrigens anders. Also nicht, dass du jetzt glaubst, die hießen anders, sondern die hießen JML. Ach, was ganz wichtig ist, deren Musik ist kostenlos. Also nicht umsonst, sondern kostenlos. Du kannst es kostenlos auf deren Homepage runterladen, solltest aber überlegen, ob du vielleicht etwas spenden möchtest, wenn dir ihre Musik gefällt. Also hör doch mal rein und ich habe hier auch eine Playliste zusammengestellt. Du findest sie hier irgendwo. Klick doch mal drauf und hör mal rein. Übrigens spiele ich Cross natürlich auch bei JC Radio for me. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören von Cross und Gottes Segen.